Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den... ne, halt Donnerstag, den 19.12.2019 und damit einen Tag vor Verfallstag, dann letzter Tag hier, um nochmal was zu reißen für den DAX. Da sollte man auch ein bisschen aufpassen, denn der Weg scheint etwas löchrig zu sein. Unser DAX hat sich schon zum Mittwoch hier jetzt wieder weiter fallen lassen, konnte sich nicht behaupten und ist abwärts getrödelt. Wir haben ja schon am Vortag diese Unterstützungszone hier gehabt, um die 300, 310, die ja da doch recht schnittig durchlaufen wurde. Dann hat man hier so ein fallendes Freieck zum Arm hin, da haben wir schon gesagt, sieht eher mehr aus wie ein kleines Abwärtsgib, was da kommen könnte, beziehungsweise noch einen Tief nach unten zum Mittwoch nun. Das ist gekommen. Ich hätte gedacht, er schiebt sich hier noch bis zur 200 durch. Das hat er nicht getan. Aufgehoben ist aber nicht... wie heißt das Sprichwort? Sie wissen, was ich meine. Ich würde es ihm jetzt noch mitgeben. Auf der anderen Seite... also das heißt, es ist unten noch offen. Auf der anderen Seite haben wir hier oben so einen Bereich um 280 bis 300. Der ist nun auch ganz gut unterstützt, müsste man letztendlich sogar sagen, dass man dort vielleicht schon wieder mit Abwärtspotenzial rechnen muss, sodass wir hier so einen, ja eigentlich schon fast typischen Range-Bereich kriegen, der sich so zwischen 190, 200 und 280, 300 abspielt. Das denke ich wäre dann auch eine gute Spanne für einen DAX, da einfach drin rumzueiern. Und muss man höllig aufpassen. Wissen Sie, was mir am meisten Sorgen ein bisschen macht? Und ich gucke da immer viel drauf. Also ich gucke nicht direkt aufs Privatsentiment, aber ich gucke viel auf so dieses Feeling, was die Leute so haben halt. Und da muss ich ganz klar sagen, gestern wie heute so viele longgesucht, so viele. Der Markt hat gar keine Chance, überhaupt mal zu steigen, weil so viele, ich will nicht sagen Lemminge, aber so viele private damit hinten dranhängen, dass es für den fast schier unmöglich schien da zu steigen. Wir können mal kurz drauf gucken. Wer das gar nicht kennt hier, das ist von der Börse Stuttgart, ein privat kostenlos öffentliches Angebot, Euwax Sentiment nennt sich das, EUWAX-Sentiment. Findet man bei Google dann eigentlich auch recht schnell. Und hier sieht man quasi, was die Jungs und Mädels so kaufen aus dem privaten Bereich halt. Also ist der Wert über plus, werden mehr Longs gekauft als Shorts, ist der Markt so deutlich. Also so, ich sag mal so bis 20, 30 ist das noch neutral. Alles, was drüber geht, wird dann schon ein bisschen extremer, kann aber bis hoch auf 80, 90 gehen. Also im Extrem, an richtig krassen extremen Tagen, wo das Sentiment voll dagegen schießt, kann es auch mal bis zu 80, 90 hochgehen. Das geht. Und das Krasse ist nur, dass das gestern fast genauso aussah. Also zwei Tage hintereinander haben die Privaten nur Long gekauft oder stark im Übergewicht Long gekauft. Sie gehen also offensichtlich alle davon aus, dass diese kleine Abwärtsbewegung im DAX hier doch recht zügig endet und nach oben auflöst. So, und wenn jetzt zwei Tage alle Long waren, glaube ich nicht so richtig, dass der Markt jetzt am Tag drei einfach 300 Punkte nach oben rennt und die alle bedient. Weiß ich nicht. Es kann kommen. Ohne Frage. Man darf, also ich sag's auch immer wieder zu, man darf nicht zu viel da auch rein interpretieren. Man sollte schon versuchen, das zu handeln, was man hier sieht, was man auch im Chart sieht und was man in der Bewegung sieht. Aber ein bisschen sollte man vielleicht darauf achten, wie das Verhalten oder wie sich das verhält. Und man sollte auch zum Donnerstag drauf gucken, wie das, wann das dreht und ob das jetzt weiter so bleibt. Weil ich sag mal, wenn der Markt jetzt zum, der muss hier irgendwie loswerden, die Leute halt, ne? Und das kann er nicht nach oben. Der müsste sich einen Gewinn rauslassen. Das heißt, der muss es nach unten machen. Und bei so einer penetranten und, naja, schon überzeugten Art der Anleger, die ja wirklich immer wieder auf jede grüne Kerze fast hier schon wieder einen richtigen Schub reinbringen, heißt das, die sind viel überzeugt. Und wenn die Privaten doll überzeugt sind, dann gehen sie auch mehr Risiko. Und Risiko heißt immer, da gibt's was zu holen. Und in solchen Fällen, und das ist häufig sogar auch an einem Donnerstag so, sieht man dann auch mal ein paar schnellere Bewegungen. Und die vielleicht an den Punkt, wo man's nicht erwartet. Deswegen würde ich mal sagen, man sollte unterhalb von der 13.200 hölligst aufpassen, wenn der Markt anfängt loszurennen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der die ganzen Lungs rausrasiert. Und im Zweifel kann das bis 13.000 gehen, dass wir hier wirklich ein, zwei schnelle Kerzen hinkriegen. Und in dem Moment, wo der hier alle rausrasiert hat, vielleicht sogar die 13.000 unterstochen hat, zimmert der so schnell zurück, dass die gar nicht so schnell gucken und wieder einkaufen können. Und dann steht er irgendwo hier nach oben, wo dann schon wieder alle anfangen, Schurt gegen zu hauen. Und dann wird's für ihn leicht, auch wieder die Bewegung nach oben rauszulaufen. Aber irgendwie muss er sich jetzt hier der Privaten entledigen und die rauszetteln. Und ich habe im Verdacht, dass er sich dafür eben hier unten durchwirft. Also es wäre zumindest eine Option. Ich kann dem DAX hier nicht sagen, was er machen muss. Aber ich würde schon sagen, so unterhalb von 13.200 sollte man aufpassen. Also das möchte ich ganz klar mitgeben, weil es ist komisch. Das sieht komisch aus. Und ich kriege das auch mit. Also das, was da am Euwax-Sentiment steht, das spiegelt den Eindruck, den ich so auch bekommen habe. Das habe ich gestern schon gesagt. Da habe ich noch gar nicht ins Euwax-Sentiment reingeguckt. Ich habe es bloß überall gesehen. Alle haben mir geschrieben hier und da und ich probiere hier und dort und da long und jetzt gehe ich long und jetzt ziele ich auf 13.600, packe aber meinen Job hier irgendwo rein. Das ist jetzt erstmal alles abgeholt worden. Aber die haben ja weiter long gekauft, die haben ja weiter nachgebaut und wieder, wieder rein und wieder rein. Also passen Sie auf. Ohne Frage. Und eine 13.000 ist nicht weit weg. Das sind 220 Punkte. Das ist nicht viel. Wäre auch für den Verfallstag interessant, weil da liegen echt, echt, echt viele Puts. Also das heißt, da haben auch echt viele Interesse, dass der Markt vielleicht auch mal unter die 13.000 geht, weil hier richtig große Positionen liegen. Also gerade so vom Verfallstag ist das schon ein attraktives Niveau. Man sagt eigentlich immer, dass diejenigen nicht ins Geld gelassen werden. Aber die haben natürlich Interessen. Und man muss auch ganz klar sagen, unser DAX hat sich die letzten beiden Tage anders als die Amerikaner entwickelt. Der läuft hier ein bisschen gegen der Spur. Und da heißt es, vorsichtig zu sein. Also nehmt das ein bisschen mit. Wir haben hier eine super Unterstützungszone im Bereich um 200 bis 170. Wenn es nicht hält, im Zweifel hackt es den unter die 100. Und im Zweifel kann das sogar bis 13.40, kann das sogar bis 13.000 gehen. Also die Zone hier unten 13.40, 13.000, aber auch die 13.100 wäre dann ein interessanter Bereich, wo man vielleicht mal auf einen kleinen Squeeze dann spekulieren könnte und dann dort abwartet, bis alle raus sind. Und dann, sobald die erste grüne Kerze da wieder reinkommt, dann probiert man da einen Mannlong. Ja, das wäre, was ich mir unterseitig gut vorstellen kann. Das würde auch auf einen Donnerstag passen. Das muss man auch sagen. Also sowas sieht man häufig zum Donnerstag oben wie unten. Bloß ich kann mir nicht, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass er die jetzt alle bedienen sollte hier. Man sollte niemals nie sagen und man sollte auch nie nur nach Sentiment traden. Das fände ich verkehrt. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen das Sentiment in den Hinkaukopf. Falls er nach unten fällt, sollte er aber nach oben treiben. Ja, dann vergessen wir das. Dann sagen wir, okay, 280, 300 haben wir einen guten Bereich. Wahrscheinlich springen dann alle dort schon auf einen Stand wieder raus. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein interessanter Bereich. Der kann gut reagieren. Der kann von da oben sogar wieder bis ganz runter. Also so 200, 300, 200. Gut denkbar. Wichtig wird, wann gehen wir hier auch per Stundenschluss über die 300? Wann gehen wir per Stundenschluss unter die 200? Das sind für mich so ein bisschen die Triggerpunkte zum Donnerstag. Weil kommt das, kann ich mir gut vorstellen, dass der 3-4 Stunden in die Übertreibung reingeht. Oben oder unten. Das kann mir sehr gut vorstellen, sein, wenn der unter 200 oder über 300 geht, dass er dann Übertreibung bringt. Wenn wir das Sentiment in den Hinterkopf nehmen, würde es sich unten mehr Sinn machen. Und dann schön aufpassen, dass man da nicht zu sehr gegen den Markt kloppt. Ich glaube schon, dass der umdreht. Aber muss er auch nicht. Deswegen schön drauf achten, wie kommt der Markt dort? Dreht er wieder auf? Oder drückt er sich einfach nur massiv drunter? Bleibt er schwach? Weil, ich sage mal, es sind momentan so viele Long, so viele Long. Wenn da jetzt noch ein Abwärtsgap kommt und der startet nach unten durch, ist das für den Markt sehr attraktiv, dann sogar so einen Tief nochmal zu unterbieten. Also das muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn der durchrennt. Aus so einer Position heraus, wo viele sehr Long orientiert waren, die 13.600 gesehen haben. Ganz wenige hier überhaupt Short drin sind. Ganz wenige überhaupt jetzt hier Short halten, weil sie sagen, der Markt fällt auf 12.500. Das sind häufig die Momente, wo der sich richtig raus beschleunigen kann. Deswegen, ich mache mir bei 13.200 die Schwelle und unter 13.200, ich lasse ihn im Zweifel erstmal rennen. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Also Vorsicht, in dem Sinne, bleibt der zwischen 13.200 und 13.300, dann wird das wahrscheinlich eine relativ einfache Kiste. Aber so störig wie der ist und wir haben auch Verfallstag, sollten wir erstmal alles einplanen. Und da beherzigen Sie das einfach. Haben wir leichten Eskalationsspielraum. Hier insbesondere dann unter der 1.70 oder aber auch über 300. Ich höre es bloß jetzt nicht. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Warum, wieso, weshalb? Ich meine, eine schnelle Bewegung nach oben. Jetzt, wo zwei Tage die Shorts ausgequält hat, drehen wir es mal um. Wir gehen es mal einfach durch. Der Markt würde jetzt steigen. Wie würden die Leute reagieren? Sie würden jetzt wahrscheinlich 280, 300 Short reingehen. Wenn der Markt jetzt hier eine schnelle Kerze, eine schnelle Bewegung nach oben macht, würden viele wahrscheinlich schon ihre Longs direkt glatt stellen. Dann werden sie nicht mehr in Sol investiert. Und wenn der Markt dann keinen Rücklauf bringt, keinen Rücksetzer, sondern durchzieht und sich hier oben stellt, werden viele schnell sagen, das ist ja jetzt übertrieben. Und dann bauen die Shorts auf. Das heißt, wir würden in dem Bereich hier sehr, sehr hohes Short Engagement auf der Privatanlegerseite sehen. Und dann können wir das natürlich auch nach oben auspeitschen. Aber ja, Sie sehen schon, kann man am Ende drehen und biegen, wie man das gerade braucht und möchte. Aber trotzdem, trotzdem ist es nützlich. Weil wir können damit sagen, über 300 bekommen wir Druck, unter 200 bekommen wir Druck. Und das sollte man im Hinterkopf einfach mit behalten. Da muss man sich darauf einstellen, dass der dann einfach auch anders reagiert, dass der halt so ergiebiger sein kann, so durchzieht, halt so wirklich so richtig widerliche Bewegung eigentlich machen kann. Drei, vier Stunden dann durchdrückt, wenn er aus diesem Rahmen 200, 300 rausspringt. Ja, gut. Dann haben wir das soweit besprochen. Sie haben meine Gedankengänge gehört. Im Tagesschau hatten wir eine weitere rotes Kerze. Da haben wir gestern schon gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt toll, was er da gemacht hat. Das sah nicht gut aus. Jetzt steht man hier unmittelbar vor dem mittleren Bollinger Band. Das liegt zum Donnerstag nur an der 13.200. Das härtet die dann auch nochmal mit. Bringt der Range ein bisschen Würze. Unterseitig auch. Und würde natürlich, wenn das mittlere Bollinger Band fällt, könnte man im Grunde sogar sagen, ziehe ein unteres Bollinger Band. Dann sind wir bei der 13.000. Dann haben wir hier eine lange Kerze stehen, die dann vielleicht sogar per 13.100 im Tagesklus steht. Dann sind wir da alle total verunsichert, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und wenn der Markt dann anzieht, dann hat das leichter. Also, ich glaube, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich glaube, der macht was Komisches zum Donnerstag. Also, das wäre passend. Wenn ich das sehe, wie störisch das Sentiment ist, das würde passen. Also, alles zwischen 13.200, 300 ist okay. Aber darunter, ich stelle mich dann ein bisschen auf eine längere Leine ein, die ich ihm dann geben würde. Das sollte man natürlich Stops anpassen, Positionsgröße anpassen, etc. Ich würde ihm da echt eine längere Leine geben hier einfach halt. Oben genauso. Wenn er durchläuft, im Zweifel kann er sich nämlich richtig durchjagen. Gut. Okay, also im Tagesschart haben wir gesehen, war jetzt nur das mittlere Bollinger Band interessant. Dann haben wir die 13.100. Die ist nicht mehr ganz so wichtig. Die geht hier auch ein bisschen unter. Zuletzt im Tagesschart würde ich daher eher rausnehmen. Da wirkt dann schon die 13.000 am unteren Band hier attraktiver. Das muss man so sagen. Demnach haben wir interessante Punkte im Tagesschart um 13.200 und 1.90, was das hier war. Und die 13.000 sogar dann halt. Okay. Ja. Das ist es. Favorisieren würde ich dann jetzt erstmal dieses Seitwärts-Schwing zwischen 300 und 200. Das wäre jetzt meine favorisierte Route. Na, können wir eigentlich dann auch blau, dunkelblau machen. Das haben wir schon ganz schön lange irgendwie nicht mehr so gemacht. Das wäre jetzt quasi, was ich favorisieren würde. Aber haben sie es im Hinterkopf, wenn wir per Stunden close hier über, unter, unter oder über die 300, 300 drüber, 200 drunter. Ja, das wird komisch. Ansonsten zwischen 200 und 280 bestimmt ein bisschen Pendelbewegung. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde jetzt hier gut reinpassen. Gut. Alles klar. Dann mache ich jetzt hier zu. Wir hören uns ja morgen nochmal. Denken Sie an die Warteliste fürs Seminar, ne? Falls sich jemand eintragen will. Haben wir jetzt zwar schon einen Nachrücker nachgesetzt, aber, ähm, weiß ja nie. Falls da noch jemand krank wird oder was. Ich hätte da gerne noch ein paar in der Warteliste, weil ich mir vorstellen könnte, dass, wir haben das jetzt eigentlich fast bei jedem Jahr, äh, bei jedem Seminar gehabt, dass ein oder zwei dann tatsächlich nicht gekommen sind. Ich möchte es halt gerne diesmal vermeiden. Das ist halt schade. Das ist das letzte Seminar. Wenn dann da die Lahmsschütter am Platz stehen und die Leute nicht kommen, das ist schade. Ich werde deswegen auch die Leute explizit da nochmal drauf ansprechen. Ähm, ich meine, das letzte, die letzten Male war das immer so, dass die Leute dann bezahlt haben und dann trotzdem nicht gekommen sind. Aber das ist doch, das ist doch Käse. Also dann können auch andere Leute, die gerne dabei sein möchten, ähm, das dann nutzen. Ähm, es ist nur einfach das letzte Seminar. Da kann man doch, das kann man doch mitmenschlich einfach mal dann anderen die Chance geben. Deswegen, wer da kommen möchte, kann sich gerne in die Warteliste eintragen. Ich rede auf die Leute ein, die hier drin sind. Falls sie nicht kommen, ähm, ich gehe jetzt schon davon aus, dass alle, die kommen wollen, auch, oder alle, die eingetragen haben, auch kommen. Aber es kann halt immer kurz für sich was dazwischen kommen, wann krank werden oder wie auch immer. Und, ähm, dann würde ich dann einfach, ähm, Nachrückerplätze vergeben wollen. Deswegen tragen sie sich da gerne ein. Und, ja, bis jetzt haben wir schon zwei insgesamt nachgerutscht. Also, ist auch nicht vergebens die Chance. Na, gut. Okay, dann, ja, mache ich jetzt hier das zu und drücke Ihnen die Daumen für den Donnerstag. Passen Sie auf, passen Sie auf sich auf. Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Und maximale Erfolge. Bis morgen. Ciao. Ciao.